ARD Text im Auftrag von Funk Das war ein Träumchen Und als sie sie für die über 80.000 Euro Steuerschulden verantwortlich gemacht hat, war das auch ein Träumchen? Ich habe ja auch dein Blut untersucht und ich habe einen HIV-Test gemacht Tom war auch vollgepumpt mit Drogen Es könnte genauso gut sein, dass er die Freude wirkt Ich habe mit ihr geschlafen Wie viele Drogen hast du genommen? Ich weiß es nicht mehr Dir ist klar, was jetzt passiert